Wo sind wir jetzt in? Im Chobau. Wir sind jetzt im Chobau. Wir sind jetzt im Chobau. Warte mal, ich zeig mal, dein Tanti. Das ist ein Kaufland. Nein, nicht im Kaufland. Ich hab gesagt, ich hab gesagt ganz kurz zum Tanti-Family. Was? Guck mal. Ja, ich hab' das Gefühl. Ich hab' den Kaufland gesehen. Der ist in dem Chobau. Was ist denn im Kaufland? Du hast noch viel zu Hause, wir können nicht alle aufessen. Wir kriegen dann Bauchschmerzen. Guck mal, hier ist Kaufland. Wir kriegen dann Bauchschmerzen. Guck mich mal. Ein besonderer mit der Auer. Ja, wo Bauchschmerzen zu essen und nicht, dann kriegt man Bauchschmerzen, dann kriegt man Bauchwehe. Okay. Kann man nicht laufen. Wieder hingehen oder...